Hat die ein Bart? Die hat ein Bart! Die hat ein Bart! Das ist ein Der! Das ist ein Mann! Oh! So, und da sind wir wieder bei Let's Play Zelda Skyward Sword. Und wir haben aufgehört, als wir nachts zu der Toilette gehen wollten, weil da komische Geräusche rauskommen. Und ich kann die Krüge nicht... Jetzt, also... Wir machen erstmal die Krüge hier kaputt, damit auch alle aufwachen. So, und dann gehen wir da hinein in die Toilette. Ey, die ist ja abgestoßen. Oh! Papier! Bitte! Irgendjemand! Klopapier! Klopapier! Welches Papier ist egal! Nochmal? Ich will dir meine Karte geben! Papier, ja, 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 ja! Hier, meine Karte! Oh, die will meine Karte nicht, okay. Dann gucken wir mal, was haben wir denn? Wo kriegen wir denn Papier her? Papier! Da bin ich jetzt irgendwie gerade etwas überfragt. Papier! Ah, da, hallo! Ah! Wie geht's dir? Denk dran! Dein eigenes bekümles Bett steht in deinem Zimmer für dich bereit! Ich will nicht in mein Zimmer. Ich will Papier. Papier! Da, sowas! Vielleicht sowas! Der Sieg von Mario wurde von einem tragischen Ereignis überschattet. Ich will das haben! Oh, komm, hier ist so viel Papier! Das Rennenflur ist strengstens untersagt. Ja, ja, ich will mich auch. Komm, hier ist überall Papier! Also jetzt laber nicht! Oh, wo kriege ich das denn jetzt her? Wenn das alles nicht aus Papier zählt. Springe an einem Steg ab, um den Wolkenhort per Wolkenvogel zu verlassen. Ja, das ist mir bewusst. Papier! Mann, es kommt gar keine Hintergrundmusik nachts. Das ist ja voll langweilig. Man hört nur seine Stimme. Ach, seine... Deine Schritte. Da war doch irgendwas, oder? War hier nicht irgendwas? Nein. Ich hätte ganz gern das Papier. Warum nicht? Oh Gott, das kann ja was werden. Oh, ein Viertelblabber. Okay, äh... Wir gehen mal in mein Zimmer. Eventuell finde ich hier irgendwo Papier. Obwohl mir eigentlich ziemlich sicher sind, dass die Club-Papier haben wollen. Oh! Hab ich den hier jetzt nicht schon erhalten? Geht man den andauernd? Und so nachts... Oh, da sollte ich die ganze Zeit schlafen und wieder aufwachen gehen. Oh, oh, oh! Da ist ein... Genau, ein... Ist da. Ja, sehr schön. Jetzt habe ich... 22, fehlen nur noch 8. Papier. Vielleicht kriege ich es ja auch draußen. Obwohl ich es mir nicht vorstellen kann. Aber wir gehen mal raus. Irgendwie scheint das hier nicht... Bado ist reich. Jetzt gehen wir dann mal Bado und reden mal mit den Leuten vielleicht. Sind hier auch Rubine drin? Schade. Ich sollte lieber nicht in anderen Schränken stöbern. Ja, ja, du mich auch. Hallo. Oh, he, he, he. Ich habe keine Angst vor Baden. Oh, dieses Zimmer gehört jetzt mir. Oh, ja. Wieso kriege ich hier nirgendwo Papier? Und warum hat der hier so viele Fitnessgeräte schon umstehen? Der ist voll fett. Ja, ein Selbstvertret von sich selber. Genau. Genau. Und meinen Kopf auf seinem Boxteil. Ja, genau. Der scheint mich sehr zu hassen. Hier ist doch Papier. Handtuch. Damit kannst du dir auch den Arsch abwischen, Mensch. Ist eh nur Bados. Ja, ich kann das ruhig machen. Dann hat er eben ein braunes Gesicht. Ist doch egal. So, okay. Wenn das eben alles nicht klappt, dann gehe ich jetzt eben doch raus. Wo komme ich hier weg? Da. Wo soll ich denn Papier finden, Leute? Und, Mann. Warum merke ich mir denn nicht, dass hier unten abgeschlossen ist? Papier. Ja, ich überlege gar die ganze Zeit, wo ich Papier finde, aber... Direktor, Geporas. Da sollte ich vielleicht mal... Hm. Also. Ich finde das mit dem Papier zwar sehr interessant, allerdings weiß ich nicht, wo das ist. Von daher gehen wir jetzt erstmal wieder zu der Schlampe und schlafen hier wieder. Und dann gehen wir erstmal zum Direktor, Geporas. Was auch immer. Bis morgen aus. Und das mit dem Papier, da gucke ich nochmal nach. Irgendwie ein paar Leute fragen in der Stadt. Das wird man schon rausfinden. Aber ich denke, wir müssen erstmal zum Direktor, Geporas. Geporas. Und jetzt ist die Schlampe wieder weg. Und wir können jetzt in das Direktor-Zimmer, hoffentlich nicht. Hoffentlich. Hoffentlich nicht. So. Hallo. Der hat natürlich so einen großen Raum, war ja sowas von klar. Und alles so edel, genau. Da, der will was von mir. Hallo. Hallo. Oh. Da bist du ja, Mario. Ich freue mich, dass du wohl auf bist. Hast du etwas über Zeldas Verbleib herausfinden können? Hm. Ich verstehe. Oh, Zelda. Nein. Ich darf nicht klagen. Sonst wird die Last, die du auf den Schultern erträgst, noch schwerer. Hm. Was? Du willst den Text des Liedes erfahren, das Zelda am Tag der Vogelreiter-Zeremonie gesungen hat? Ich helfe dir ja gerne, aber ich bin wirklich kein großer Musiker. Reicht? Der Text reicht? Ja. Der Text genügt, sagen wir jetzt einfach mal. Und ich dachte schon, naja. Umso besser. Warte einen Augenblick. Oh, es klingelt. Meine Cousins kommen. Ein Jüngling, geleitet von der Göttin, wird Himmel und Erde verbinden und das Licht bringen. So, das war doch super. Damit geht das Tor auf jeden Fall auf, wenn ich so singe. Und weiter geht es so. Er wird zwar zwei Flügel zum Turm des Lichts führen. Ein Weg wird sich öffnen, das Echo des Liedes erschallen. Aber die großen Flügel, wenn man zwei Flügel zum Turm am Dorfplatz führt, passiert also etwas. Zwei große Flügel, hm? Also mein, also mein, also, zwei große Flügel. Ja, also mein, 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 mein Vogel, denke ich auf jeden Fall mal. Wir gehen da auf jeden Fall erstmal hin, Turm des Lichts war irgendwo auf der Karte vermerkt. Da gucke ich gleich nochmal nach. Obwohl ich mir relativ sicher bin, dass es dieser Turm ist, der auf dem Dorfplatz da steht. Aber, wir gucken lieber trotzdem nochmal auf die Karte. So, ich hab immer wieder nicht geschaut. Ähm. Was wollte ich jetzt sagen? Nicht geschaut, weil ich aufnehme. Und irgendwie ist die Tür noch nicht aufgegangen. Irgendwie ist meine... Ich rufe jetzt nicht meine Mama, dass ich die Tür aufmachen soll. Sonst dürfen meine Cousins vor der Tür warten. Egal. Da irgendwie anscheinend noch nicht aufgemacht worden ist. So, Karte. Das ist der Turm des Lichts, ne? Ja. Okay. Also, der hinter dem Bazar. Müsste das sein, ne? Hier irgendwo. Hä, wo ist der denn? Da. Da, 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 da ist der. Das ist er doch, oder? Ja. Das müsste er sein. So. Da wollte jemand was von mir. Ich hab's gesehen. Ihr habt dich genau gesehen. Oh, das ist dieser V-Pelz, ne? Dieser Angsthase. Oh, du hast mich doch tatsächlich neulich nachts beobachtet. Weißt du, ich wär auch gern so stark wie du. Deshalb dränge ich mich an. Aber irgendwie tut sich da gar nichts. Naja, ich geb mir weiterhin Mühe. Ja, du bist einfach nur ein Schwächling. Und der, der schaut da so hoch. Oh, hallo Mario. Was? Zwei Flügel? Ich hab nichts so mit Rätseln. Frag doch mal den Wahrsager. Ah, die fette Kuh. Oh, ja. Wir fragen die fette Kuh, die fette Kuh, die fette Kuh, die fette Kuh. Oh, dann können wir die fette Kuh auch gleich nach dem Blattpapier fragen. Die weiß bestimmt auch, was wir da machen müssen. Und ich glaub, es wird mal Zeit, zu Terry zu gehen. Wie viele Rubine hab ich? Wie viele Rubine? Los, Schwarzbild, geh weg. Hallo. Oh. Wieso kann ich nicht sehen, wie viele Rubine ich hab? Das ging ja doch irgendwie, ne? Was war das nicht? Das hier? Hey. 300 plus. Habe ich auch 300 plus Rubine? Oder? Ja, ich mein schon. So, wir gucken einfach gleich nochmal, wie viele Rubine wir haben. Oh, warte, ein Augenblick. Du siehst emsig aus, junger... Emsig? Junger Freund, vermutlich bist du fleißig auf der Suche nach Schätzen, nicht wahr? Ich kann meine Kristallkugel nach Schätzen befragen, wenn du möchtest. Sprich mich an, wenn du Interesse daran hast. Ja. Hallo, red mit mir. Huh, sehr gegrüßt, junger Freund. Soll ich dir deine Zukunft voraussagen? Üblicherweise verlange ich dafür ja 10 Rubine. Aber nur heute wage ich den Blick in die Kristall für nur einen einzigen Rubin. Oh, du hast keinen Rubin? Och, schade. Doch, ich hab einen. Müsste ich zumindest haben. Oh, wie schön. Ich hatte schon so lange keine Kunden mehr. Ach, nein, versteh mich nicht falsch. Diese sanften Augen verfügen über die Macht der Weissagung, junger Freund. Also gut, worüber möchtest du das erfahren, junger Freund? Schicksal mache ich jetzt einfach mal. So soll es sein. Dann blicke ich für dich in die Zukunft. Hat die ein Bart? Die hat ein Bart. Die hat ein Bart. Das ist ein Der. Das ist ein Mann. Oh, egal. Ich spreche die trotzdem weiter. Oh, ja. Ich sehe es. Ja. Ich sehe es ganz deutlich vor mir. Ich sehe zwei Gebäude mit sehr großen Flügeln. Nur der Wind hat die Kraft, sie zu bewegen. Oh, okay. Drehe die beiden Gebäude in Richtung des Turmes. Nun, das wäre alles für den Moment. Solltest du erneut vom Weg abkommen, zögere nicht mich, um Bart zu fragen. Ach, viel Glück. Okay. So, dann gucken wir mal, was die hier alles haben. Oh, was ist das denn? Das will ich haben. Oh, ihr interessiert euch also für einen heiligen Schild? Huh. Nun, dieser Schild, der wird seinen Namen wahrlich gerecht. Er repariert sich von selbst und widersteht sowohl Feuer- als auch Elektro-Angriffen. Ein Wunderding. Es ist unglaublich toll, was ihr Leben überaus vereinfachen wird. Sie werden es gar nicht mehr können. Und jetzt zum super, super Spottpreis geht er zu meinem Bedauern leider sehr schnell kaputt. Aber das macht nichts, weil die Technik ganz bestimmt wieder alles wettmacht. Und, naja, das macht nur 500 Rubine. Oh Gott, nein, niemals im Leben. Wie? Aha, aber das macht doch nichts weiter her. Schaut einfach noch immer einen anderen Artikel aus meinem Sortiment an, ja? Oh, die Arschlikse, warum haben sie nichts gekauft? Ey, der will auch was von mir. Hey, hey, hey. Hallo. Aha! Ihr kommt gerade richtig weiter her. Ich habe ein neues Item in meinem Sortiment. Ihr könnt nur den heiligen Schild... Blablabla, das weiß ich doch schon längst. So, ich wollte hier... Was war nochmal gut und was war schlecht? Was war das nochmal? Oh, an dem Rezept für diesen Trank arbeite ich nochmal in guter Warte doch, bis es fertig ist, ja? Oh, und sieht er bei Gelegenheit meine anderen Tränke an. Aha, was war der nochmal? Der macht eigene Tränke, ne? Ach, willkommen im Trankladen. Wenn du bei uns einen Trank kaufst, kann ich ihn hier verfeinern und seine Wirkung verbessern. Ähm, gibt es einen Trank, den du verfeinert haben möchtest? Im Moment nicht. Ich habe nämlich gar keinen. Okay. Ja, ja, ja. So, dann kaufen wir jetzt erstmal Tränke. Oh, was ist das denn alles hier, ey? Der, der leuchtet sehr schön. Was ist das? Oh, das hier ist ein Rüstungstrans. Oh, blablabla. Nein, 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 nein. Also, ich nehme einfach den roten, so wie immer. So, wir nehmen einfach den roten. Wir haben noch gar keine Magie, oder? Oh, das ist hier ein Herztrank. Ich will sagen, ich schreibe ganze acht Herzen auf. Ohne solch einen Trank würde ich mich nicht ins Abenteuer stürzen. Eine Flasche davon kostet nur 20 Rubine. Hör damit. Oh, vielen Dank. Und vergiss nicht, wenn du diesen Trank verfeilern möchtest. Wende dich an meinen Mann. Kann ich hier nicht auch... Einfach auffüllen? Doch. Warum nicht? Oh Mann. Jetzt darf ich also extra mit der reden, ja? Okay. Bla, 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 bla. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. So, das reicht jetzt erstmal. Ich hab keine Lust mehr. Ich will weiterkommen. Okay, also müssen wir jetzt diese beiden Windräder da einfach drehen. Das macht man, glaube ich, mit diesem... Ach, das hab ich doch schon mal gemacht, ne? Ich mein schon. Gut. Das erste ist irgendwo in der... Da irgendwo. Meine ich zumindest. Doch, irgendwo hier war das erste. Da. Aber das dreht sich schon in die richtige Richtung. So wie ich das sehe. Oh, da hinten ist das nächste. Was wollen die denn da? Oh nein. 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 Ja, du bist nicht so stark wie ich. Und ja, du bist blöd. So, Dankeschön, dass du aufhörst, was zu reden. So, jetzt müssen wir also da hin und dann das Luftteil machen. Mal gucken. Aber das heißt, ich muss hier eigentlich wieder in die Wüste von Ranel und in den Wald und sonst was. Gibt es da noch extra Abteile oder so? Oder muss ich einfach nochmal die Tempel besuchen? Das wäre das damn nicht. Aber naja, vielleicht muss ich auch mehr machen. Hallo? Oh, du hast doch tatsächlich meine kleine Cookie gefunden. Du bist ein toller Kerl, Mario. Vielen Dank. Übrigens findest du nicht, dass das Wetter heute hervorragend ist? An so einem Tag würde ich am liebsten in der Kürbisbahn sitzen und mir eine glaskalte Limonade geben. Aber ich musste diesen Schrank für meine Frau abbringen. Aha, wie mich das nervt. Ach ja. Was ist denn los, Mario? Interessierst du dich für dieses tolle Windrad hier? Es lässt sich so ausrichten, dass es den Wind immer optimal nutzt. Hm, naja, zumindest war das mal so. Hier fehlt ein kleiner Propeller. Und deshalb lässt sich das Ding nicht mehr ausrichten. Eine Schande. Der Propeller ist wohl irgendwann mal nach unten gestürzt. Oh nein. War ja klar. Es bringt nichts, einfach nur ganz einfach das zu machen. Nein, man muss immer noch andere Sachen machen. Bla bla, nutzlos. Kein Mensch denkt daran, sich drum kümmern. Okay. Oh, ich empfehle den Windradpropeller im Erdland zu bewegen. Und um das große Windrad zu bewegen zu können. Ja. Oh. Hm. Was? Ob ich das Rinderrad reparieren kann, wenn du mir den Propeller bringst? Tja, ich könnte es mal versuchen, aber dazu brauche ich eben den Windradpropeller. Ja, ist mir bewusst. Okay. Er zeigt zum grünen Strahl. Wie willst du denn überhaupt nach dem Propeller suchen? Schließlich ist er nach unten in die Wolken gefallen. Hm. Da fällt mir was ein. Sprich doch mal mit Daruku aus der Werkstatt. Der hat doch so einen kleinen fliegenden Roboter, der seinen Ahnen gehörte. Was? Ich habe gehört, früher soll dieser Roboter Zeug durch die Gegend transportiert haben. Naja, alte Geschichte von Doakos Familie. Ich weiß ja nicht, ob das was dran ist. Wie jetzt? Nehme ich nicht einfach meinen... Gehe ich nicht einfach ins Erdland? Daruku. Wer ist Daruku? Friedhof. Händler. Kuckoo. Cookies. Pikas. Dorfplatz. Licht des Turmes. Ding. Galeas. Pikas. Cookies. Terry. Aber da ist noch was. Risas. Hä? Wo wohnt denn die Daruku? Dingsbums. Typ. Wieso sagt der mir ein Haus, was es gar nicht gibt? Ah ne, Werkstatt, ne? Werkstatt ist... Ah. Werkstatt müsste doch... Der Typ sein im Bazar, der die Sachen immer repariert. Da geht... Oh, was für eine Lauferei. Ja, also ich sehe schon, wir schaffen heute sehr, sehr viel in dem Part. Vor allem, weil da bald schon wieder Ende ist. Aber wir machen ihn noch ein bisschen länger, denn ich will wenigstens so ein bisschen was geschafft haben. Wenn wir schon das Papier für die Toilette nicht gefunden haben. Das machen wir aber auch noch, bevor wir weitermachen. Ich denke, ich muss dann nachts wahrscheinlich zum Wahrsager. Ist das die Werkstatt? Ne. Aber wer ist denn das? Hallo. Oh, jetzt noch ein wenig Pfeffer dazu. Wunderbar, es schmeckt auch heute wieder so, wie es soll. Ah ja, rede mit mir, ja, sehr schön. So. Wo ist der Repariertur? Da, der da. Hey, kleiner Freund, du guckst ja belämmert rein. Wie, du hast eine Bitte an mich? Yes, I have. Was? Der Roboter meines Opas? Kommst du denn auch, etwa auch, um mich auszulachen, weil es mir nicht gelingt, ihn zu reparieren? Nein? Oh, was sagst du? Du willst mit meinem Roboter etwas aus der Welt unter den Wolken holen? Heißt das, du glast mir die Sache mit meinem Opa und dem Roboter? Wow, das freut mich ja, aber ich glaube nicht, dass er dir eine große Hilfe sein wird. Der Roboter ist leider... Na, das lehnt ihr an. Er ist Trapo. Ne, er sieht aus wie ein Haufen Schrott, oder? Das heißt, man konnte ihn einserufen und allerhand Sachen von einem Ort zum anderen transportieren lassen. Aber jetzt, ach, du siehst das ja selbst, der funktioniert einfach nicht mehr. Ach, Opa sagte, man könnte ihn reparieren, wenn man den Extrakt einer Blume aus Schmieröl verwendet. Es handelt sich dabei um eine Aeonenblume. Aber von sowas habe ich noch nie gehört, geschweige denn, habe ich je so eine Blume gesehen. Hier, bitte. Habe ich so eine? Was sagst du da, du hast so eine? Das ist ja fabulös. Habe ich eine? Ich habe echt eine. Super. Das ist eine Aeonenblume, tatsächlich. Die Exenz der Wurzel gibt ein absolutes hervorragendes Öl ab. Unglaublich, damit kann ich meinen Trapo endlich reparieren. Warte einen Moment, ich mache mich gleich an die Arbeit. Ja, äh, ja, äh, ja, äh, äh, wir haben es geschafft. Ich weiß nicht, wo ich die Blume her habe, aber ist auch egal. Puh, und fertig. Wie, der sah immer noch ziemlich kaputt. Oh. Zack. Uh, das will ich haben. Bekomme ich das als Item? Das wäre geil, ey. Aha, danke. Ich bin voller Energie wieder. Ich jederzeit bereit, zu transportieren gibt. Aha. Aha. Hm? Ist das der grüne Wicht? Er spricht. Trapo spricht. Ich bin der beste Mechaniker aller Zeiten. Guck mal, Trapo. Der grüne Kerl hier hat mir gehofft, mich zu reparieren. Also sei ihm dankbar verstanden. Ha, Wicht dieser, hm? Gut, also, danke schön, du geholfen hast, zu reparieren. Reicht das? Nein, das reicht nicht, du hilfst mir. Also wirklich, wie sprichst du denn mit deinem Lebensretter? Sei ein guter Roboter und hilf ihm, ja? Unser Freundchen hat nämlich Arbeit für dich. Ha, mir doch egal. Ich rede und basta, wie ich will. Lasse mich doch nicht von so einem Wicht kommandieren herum. Ha, ha, ha. Hm, Gebieter. Es ist möglich, den abgeschützten Windradpropeller für das große Windrad mit der Aurasuche zu finden. Super, hast dich ja richtig mal angestrengt. Er ist jedoch zu schwer, um ihn mit der Tasche hertragen zu können. Wie? Was? Oh, oh. Pfeil? Pfeil wie? Oh, verehrte, kann ich euch dienen, Pfeil? Oh, er mag sie anscheinend. Verehrte Pfeil, sehr wohl. Schwer ist auch, mag sein. Ich trage Ende der Welt bis... Oh, Gebieter. Mithilfe des Roboters ist es möglich, den Windradpropeller aus dem Erdblatt her zu transportieren. Begib dich nun auf die Suche nach dem Propeller. Also, helfe dir, Wichtgrün. Verehrte Pfeil, fragen, wenn du brauchst mich. Ich kann Gedankenwellen aufspüren. Verehrte Pfeil, rufen, wenn ich etwas transportieren soll. Wie findest du eigentlich die Sachen, die unter den Wolken gestürzt sind? Vielleicht hilft dir ja unser schrulliger Wahrsager da drüben. Er sieht aus wie ein Hohlkopf, aber seine Vorhersagen sind meistens gar nicht mal so übel. Das hatte ich doch schon. Folgt er mir? Oh, ne, folgt er mir nicht. Schon wieder mit dem Reden? Ach, sei gegrüßt, junger Freund, soll ich dir deine Zukunft voraussagen? Einen Blick in die Zukunft kostet dich nur 10, Rubine. Nur 10, Rubine, und ich sag dir, wohin dein Schicksal dich führen wird. Nun soll ich beginnen? Gerne. Also gut, worüber möchtest du etwas erfahren, junger Freund? Schicksal. Oh, so soll es sein, erblicke ich für dich in die Zukunft. Obwohl, ich schätze, wäre besser gewesen, wa? Ach, scheiß drauf. Oh, ich sehe es, ja, ich sehe es ganz deutlich vor mir. Junger Freund, ich sehe, du bist auf der Suche nach etwas. Ein kleiner Propeller, der an die Tiefen unter den Wolken gestürzt ist. Ich sehe ihn auf einem Berg voller Flammen nahe eines Abhänges. Beim Tempel, am Vulkan liegt er und nun liegt eben dort, halt. Ob ich damit wohl richtig liege? Nun, das wäre alles für den Moment. Sonst, dass er erneut vom Weg abkommt, zögere nicht, um Rat zu fragen. Viel Glück. Okay. Also müssen wir ins, ähm, wie hieß das Gebiet da? Eldin war der Wald. Gebirge von... Eldin? Auch Eldin? Nein. Ich weiß es nicht. Aber egal. Und dann fahren wir da auf jeden Fall... Fliegen wir da jetzt auf jeden Fall hin. Und ich würde sagen, dann ist der Part auch irgendwann schon endet, würde ich sagen. Außer es kommt eine Katze hin oder sowas. Ich will da drauf. Ach, fuck drauf, ey. Scheiße. So. Wo ist denn das rote Lichtschlein? Ich will wissen, wie das hier ist jetzt. Wald von Eldin, Wüste, Ranel und... Oh man, ich komme nicht drauf. Oh hä, wo ist das rote Licht? Oh, da. Wald von Eldin, Wüste von Ranel... Och, was war denn das andere jetzt nochmal? Äh, ich kann herabspringen. Warum? Ja. Was ist passiert? Was ist passiert? Warum bin ich jetzt wieder hier? Ich war ja wohl mitten in den Wolken. Ich dachte, ich komme zu einem geheimen Ort oder so. Ne, egal. So, dann nochmal. Das war eine Art Fail. Und was blinkt hier die ganze Zeit? Aurasuche. Ja. Für mich auch. Ich weiß schon längst, wo der ist. Oh, sind hier Schmetterlinge? Oh ne, nur einer. Okay. So, jetzt mal schaffe ich es vielleicht. Oh, nein. Komm schon. Warum nicht? Oh Mann. Wie kommt man denn da drauf? Kriegt man noch sowas wie ein Dekoblatt oder sowas? Ja. So zum Fliegen. Oh, gibt es hier irgendwo Hühner? So, jetzt aber. Diesmal kommen wir hin. Aber wieso konnte man denn hier landen? Das sehen wir unlogisch. Ja, jetzt auf einmal steht er nicht mehr abspringen. War klar. Yeah. Uhu. Da, da, da. Schneller, schneller. Schneller, schneller. Oh, da hinten ist eben so ein penisartiger Turm. Da müssen wir auf jeden Fall auch nochmal hin. Und abspringen. Und. Uhu. So, wie ist es jetzt? Vulkan von. Gebier gefunden. Oh, ich hab keine Ahnung. Oh, bewege zu der. Bewege dich. Bewege was auch immer zur Fokusstadt, damit ich dich bringen soll. Und drücke A. Wie auch immer. So, wir gehen. Oh, wir gehen. Ich ist ja wohl Vulkan Eldin, eh. Wusste ich's doch gleich. Ähm. Tempel am Vulkan. Weil die Wahrsägerin hat gesagt, in der Nähe vom Tempel vom Vulkan. Also. Gehen wir da hin. Tempel am Vulkan. Tempel im Vulkan. Ist ja genau dasselbe. Na los jetzt. Na los jetzt. Uhu. Okay, Leute. Und, ähm. Das wär's auch. Hier ist erstmal für den Part. Wir gucken schon mal die Aurasuche an. Hier irgendwo soll der Propeller liegen. Von daher werden wir ihn das nächste Mal finden. Und ich sag bye 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 und ciao. 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 Ciao.